Servus Freunde und damit Willkommen zu einem neuen Video und damit einem neuen Update Video von Formel 1 2020. Dazu habe ich ja ein Video bisher gemacht und zwar zum Ankündigungstrailer. Das eine Video mit dem Verstappen Gameplay, das kann ich vielleicht auch nochmal in diesem kleinen Video hier anschauen. Aber erst einmal schauen wir uns heute ein neues Gameplan und zwar eine schnelle Runde auf Spanien in Barcelona. Und da lesen wir uns erstmal den Text dazu an von Codemasters. Die neueste Hotlab vom erscheinenden Formel 1 2020 Spiel. Wir sind unterwegs mit Carlos Sainz in seinem McLaren, da bin ich mal gespannt. Stimmt diese Woche ist ja auch wieder der virtuelle Grand Prix in Spanien wieder am Start. Okay, anscheinend gibt es ein paar Änderungen in der Kurve 13 und 14, was die Höhenveränderung angibt, also Elevation. Die Höhenänderung, okay, interessant. Es wurde besonders Rücksicht auf den letzten Sektor genommen, also wurde der wahrscheinlich komplett überarbeitet, könnte es sein. Sonst steht nichts mehr im letzten Abschnitt, bloß wer beim Virtual Grand Prix wieder mitfährt. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich bin gespannt. Das Gameplay von Verstappen kann ich mir auch nochmal nachher anschauen mit euch zusammen. Barcelona ja, eine bekannte Strecke im Formel 1 Kalender schon jahrelang. Und hier natürlich das gewohnte Intro, also das haben sie nicht überarbeitet. War auch immer ganz gut auf jeden Fall gewesen, weil es ist ja das offizielle Intro, die Streckepräsentation von Liberty Media. Seit dann gab es ja dann, glaube ich, diese neue Präsentation. Und hier der schöne McLaren ist aber nicht das richtige Modell, sondern erst noch quasi dieses Modell, das die erst einmal für alle Teams gemacht haben. Und damit haben die immer nur die Lackierungen draufgepackt. Und deshalb sind die Autos eben alle vom Modell her gleich, bloß die Lackierungen sind immer anders. Grafikmäßig sieht es eigentlich noch recht gleich aus. Ich gucke mal kurz, ob ich... Ja, okay, Qualität habe ich das Beste, was es gibt. Und deshalb sehen auch die Lenkräder auch genau gleich aus in jedem Fahrzeug, aber sieht schon interessant aus. Die McLaren Lackierung, sehr nice. Und da muss ich mal auf den dritten Sektor achten, wie es da denn aussieht. Jetzt sieht man aktuell halt die Außenperspektive jetzt wieder in der Onboard. Genau, hier ist halt alles beim Alten. Bloß den dritten Abschied, den haben sie anscheinend verändert. Oh, hat sich ein bisschen verbremst hier. Auch interessant, McLaren mit der Hose so blau-orange gestreift. Auch eine interessante Wahl, die sie da getroffen haben in der Saison. Okay, neuer Sponsor, Liquid Molly. Okay, das da... Da gehe ich nochmal ganz kurz zurück, dass er irgendwie auf jeden Fall anders aus die Kurven einfahrt. Wenn man sich das mal anschaut. Hier sieht es irgendwie ein bisschen enger und länger aus, dieser Teil. Von eben von der Rechtskurve in die Linkskurve, die jetzt gerade kommt. Okay, das haben sie anscheinend überarbeitet. Oh, das sah gerade sehr schön aus. Die Zieleinfahrt. Okay, und das war's dann also. Genau, das Video mit Verstappen in Sandford, das schaue ich mir nochmal kurz an. Danach hier nochmal ganz kurz die überarbeitete Stelle. Der Abschied zwischen den Schikanen, diese kleine Gerade quasi. Vor der Rechtskurve. Jetzt, die wirkt irgendwie ein bisschen kürzer. Und dafür wirkt der Teil auf jeden Fall länger. Hier von der letzten Schikane, beziehungsweise von der Rechtskurve zur Boxen Einfahrt. Und dann die Kurve zu Startziel. Die wirkt auf jeden Fall länger. Haben sie da schön überarbeitet. Das sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Das Bild hier am Ende. Mit dem Podium auf Startziel. Okay, und dann schaue ich mir nochmal das Gameplay von Sandford an. Das kam ja am 30.04. genau vor einer Woche, glaube ich, kam das genau raus. Sandford ja eine neue Strecke. Leider nicht im aktuellen Formel 1 Gelände. Also dieses Jahr wegen der ganzen Krise. Aber ja, normalerweise wären die ja hier gefahren. Eine sehr geile Strecke. Das letzte Mal war irgendwie in den 80ern. Sind die da gefahren und die haben die Strecke schön überarbeitet. Und natürlich den Sicherheitsvorkehrungen entsprochen. Damit das da schön alles dem Reglement entspricht. Und da gibt es eben die erste Veränderung. Und zwar im Vergleich zu früher gibt es hier eine schöne Steilkurve auf Startziel. Und da ist auch die längste DHS-Zone und der beste Überholpunkt wahrscheinlich hier in der ersten Kurve. Sieht auch sehr, sehr geil aus. Wie Max Verstappen da fährt. Der Streckenverlauf sieht auf jeden Fall echt geil aus. Hier auch wieder so eine Art Steilkurve in leichte Neigung. Die Strecke sieht echt geil aus. Hat einen schönen Flow. Aber auch recht schmal. Also ich weiß nicht, ob das so einfach wird da zu überholen. Hier jetzt schön die Außenperspektive. Also im Spiel wird es wahrscheinlich auf jeden Fall einfacher sein, als im Real Life da zu überholen. Hier bremst das schön rein. Oh, das ist eine coole Sektion. Schöne Tribüne auf der Außenseite. Oh, die Kurve gerade erinnert mich irgendwie ein bisschen an Frankreich, an Le Castellet. So vom Flow her. Oder die paar Kurven davor auch schon. Weil man irgendwie nicht wirklich komplett außen anbremst, aber auch nicht komplett nach innen rein lenkt. Das ist schon interessant. Ich habe aber Angst, dass ich da wieder nicht so gut sein werde im Spiel. Okay, das sieht geil aus. So ein bisschen so eine Art Stadion-Sektion wie in Mexiko. Weil man fährt dann hier rechts rein und dann links. Und da überall Tribünen um die ganze Sektion herum versammelt. Okay, das ist sehr schön. Geile Sektion auf jeden Fall. Hier geht es noch nach rechts. Es ist auch echt sehr schmal, diese Strecke. Und dann kommt eben schon fast Startziel. Hier nochmal schön die Kurve. Okay, da hinten ist glaube ich ein Riesenrad. So ein bisschen wie ein Suzuka. Und auch schön die Flaggen der verschiedenen Länder. Und da auch wieder die Zieleinfahrt. Das Gameplay habe ich mir ja schon letzte Woche dann angesehen. Sieht echt geil aus. Okay, hier sieht man auch nochmal das Riesenrad da hinten. Erinnert mich echt irgendwie stark an Suzuka. Aber das ist ja auch der gleiche Designer der Strecke. Der gleiche, der Suzuka entworfen hat. Hat auch hier die Strecke in den Niederlanden entworfen. Also hat auf jeden Fall was von Suzuka. Und ein Teil auch von Frankreich finde ich. Le Castellet. Und hat eben auch die eine Sektion. Die jetzt genau die hier. Erinnert mich ein bisschen an Mexiko. Auch so eine Art Stadion. Aber eine geile Sache auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, war es das auch mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like. Da abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke natürlich, wenn ihr neuer seid. Und keine weiteren Videos verpassen wollt. Es kommen, denke ich mal, natürlich weiterhin Formel 1 Update Videos. War auf jeden Fall nice. Zwei neue Gameplays. Beziehungsweise ein ganz neues. Und zwar das heute erschienen ist. Mit Carlos Sainz in Barcelona. Und das von letzter Woche. Von Max Verstappen in Sandford. Sehr, sehr geil. Also Leute, haut rein. Bis zu einem anderen Video. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017